Musik Hey meine liebe Freunde, wie geht's euch? Herzlich Willkommen zu diesem Video. Ich habe heute ein neues Video vorbereitet. Es geht darum, wegen diesem Super Mario Maker 2 Super Welt. Ja, viele Leute haben sich gewünscht, dass ich noch einen Super Welt draußen mache. Ähm, ich habe jetzt mal was versucht, eine Super Welt aus Super Mario Land zu machen. Das Level, es beinhaltet vier Levels, eigentlich sind drei, weil ja im Original sind nur drei Level vorhanden. Da ich nur noch ein viertes draus mache, muss ich erst eine vierte Bonus draus machen. Dann könnt ihr in die Super Welt gehen. Es sind vier Welten und es gibt noch einen Bonus, Bonus Welt. Die Bonus Welt könnt ihr auch ruhig durchspielen, aber bitte beachtet darauf, dass ihr noch dies komplett durchspielt. Wenn ihr das selber spielen wollt, dann geht ihr hier auf meine Baumeister-ID, den ich hier einblende. Und jetzt könnt ihr noch mal in die Videobeschreibung gucken. Aber ihr könnt es ruhig mal spielen, okay? Aber, kleine Sache, ihr müsst dafür, ihr müsst dafür als Super Ball Mario ins Ziel kommen. Da ich ja noch die ganze Super Welt, also die ganze Haupt, Haupt-Level, habe ich jetzt mit einen Zielbedingungen gemacht. Erreicht das Ziel als Super Ball Mario. Also, dann soll da jetzt achten geben. Jedes Rohr fast am Ende gibt es hier noch ein kleines Super Ball, den ich euch schenke. Aber, das gibt es dann noch gleich dazu, okay? Da sage ich noch, ja. Wenn ihr das selber spielen wollt, dann geht ihr hier auf meinen Baumeister, den ich jetzt hier unten hier einblende. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich, dass es euch das Video gefallen hat. Hinterlasst einfach einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und kann die Videos so verpassen. Und bis bald. Abonniert den Kanal und abonniert den Kanal und abonniert den Kanal.